Herzlich Willkommen bei Lektion 16. Lektion 16 hat ein kleines Problem. Nämlich das I. Das I, das wir auch gerne nur als einen Strich darstellen, das finde ich dem I gegenüber absolut unangebracht. Also, ein Name beginnt nicht nur mit einem Strich. Da müssen wir uns das ausdenken. Das heißt, das I, so diese Schreibschrift I sieht ja dann sehr leicht auch aus wie ein J. Da haben wir ja schon das hier und das ist es ja nicht. Also, wir bleiben mal bei dem Strich und wollen ja im Grunde zu diesem langen. Was machen wir dann? Dann machen wir am besten den hier. So, das heißt, der Name beginnt mit und beginnt und schreibt sich dann hier so weiter. Also, es ist ein bisschen problematisch mit dem I. Man kann natürlich dann freundlich noch einen kleinen Punkt draufsetzen, obwohl das natürlich der Punkt des kleinen Is ist. aber wenn man, egal was man macht mit dem I, man kommt immer in die J Nähe und deshalb würde ich vorschlagen, I und ich würde ich, ja ich, also jetzt nur ich, sonst niemand steht für diesen Punkt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie heiße ich zum Beispiel, Ismail. Es sieht einfach nett aus. Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr weiblicher Ismail geworden. Das ist das Essen. Also, ich würde das machen mit dem I. So und dann so schreiben und dann hinten noch mal so ein. Also, I und hinten noch mal so ein Strich dran. Das ist jetzt aber extra so gezeigt. Das soll hier nochmal ein Strich sein. Möglichst nicht so ein Schnabel, sondern so schreibt den Namen und dann hinten noch mal so eine Geschichte. So, das heißt, das I ist aber lang. Also, der Strich, wie ich ihn hier vorne gemacht habe, der ist schon lang. So, du schreibst hier so und dann schreibt hier so deinen Namen drauf. Das geht. Also, du hast ein I. Es ist kein T oder sonst irgendetwas. Es ist dann schon. Es muss sich aber hier unten bewegen. Also, so und dann schreibst du hier weiter. Wenn man hier so mit einem Einzelstrich beginnt, könnte man denken, es geht in Richtung F oder T oder sowas. Nein, das tut es nicht. Es bleibt hier unten. Du kannst hier unten beider schreiben. Das bleibt dir überlassen. Aber ich mache den Vorschlag. Weil dieser Buchstabe hat natürlich auch einen Anspruch darauf, dass er vernünftig geschrieben wird. Und zwar so, dass er wirklich deine, dein Wesen, deine Intention, dein Esprit, das alles widerspiegelt. Und das ist natürlich bei so einem einzelnen Strich schwierig. So, also, du heißt jetzt, wir wollen ja nicht immer mit dem Igel anfangen. Du heißt vielleicht jetzt ingversen oder so. Na, I. Und wie willst du jetzt hier ingversen? Wie sieht das denn aus? Also, nennst du damit schon ingversen? Also, da brauchen wir einen Anschluss. Das ist immer die Geschichte mit dem Anschluss. Entweder so und schreib es da hinten weiter. Dann nehmen wir die nächste Seite. So. Also, nochmal. Es ist das I. Der einzelne Strich. Und entweder schreibst du dann hier weiter. Oder so. Und dann hier nochmal so. Mein Stift ist langsam leer. Der geht jetzt über den Jordan. Auch wiedersehen. So. Und das heißt, nochmal so. Solche Geschichten. Aber nie einzeln und dann so. Also, jetzt geht es ja gerade noch. Also, weil ich hier so einen hinhaue. Das kann man machen. Aber fürs Schreiben, also dem Schreiben tut das nicht gut. Besser ist es, du schreibst so ein I und dann hier hinten irgendwie weiter. Keine Ahnung, was daraus wird. So. Dann hast du dem I genug Ehre angetragen. Das I. So. Inga. Ups. Punkt. Nach dir kommt nichts mehr. Und dann kannst du da noch eine oben drauf setzen. Wenn du willst. So. Das I finde ich gut. Dieses I mag ich. Es ist halt einfach, ne? Der Anspruch dieses Buchstabens ist erfüllt. So. Und jetzt würde ich sagen. Oha. Ich habe ja gekämpft hier. Und alles verschoben. Zwei Daumen kriege ich dafür. Einen linken und einen rechten. Alles klar. So. Und einen Kommentar. Auf jeden Fall. Mindestens einen Kommentar. Also, irgendwie eine Meinung, was ich hätte dazu haben, zu deinem I. Schreib es da hin. Ich antworte, wenn es eine Frage ist. Ja. Sonst sehen wir uns wieder bei der Lektion 17. Ach so. Kommentar. Ja. Habe ich gesagt. Okay. Also dann. Tschüss. Tschüss.